Ist das irgendwie ein Magier oder so? Das hier sieht aus so wie Schriftrollen. Könnte aber auch irgendwas sein, was Baupläne braucht. Hm. Okay, da ist auch nichts mehr. An den Baum kommt man nicht rein, jedenfalls noch nicht. Ja. Guck mal, da ging es ja nicht. Achso, ja genau, hier ist ja noch die, diese lustige Brücke. Na, schaffe ich das noch? Um 2 Uhr muss ich zurück. Gehen. Ach, guck mal. So sieht es aus, wenn er schläft. Das ist einfach so ein Steinhaufen. Ob er wohl davon wach wird? Das Huhn wird davon auch nicht wach. Glück gehabt. Ich hätte auch gern einen Huhn. Oh, jetzt ist 2 Uhr, aber da geht es eh nicht weiter. Und hier ist auch nichts mehr. Ne, da sind nur die Pilze. Hier ist natürlich noch mal Stein. Mal gucken, ob das dumm war. Das war bestimmt dumm. Ich schaff's bestimmt nicht ins Bett. Ich schaff's bestimmt nicht ins Bett. Ich schaff's bestimmt nicht ins Bett. Oh, 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 oh. Ne. Bin ich jetzt schon umgefallen? Ja. Naja. Boah. Jetzt lass uns doch mal rausfinden, ob ich das Weizenferment hier mach. Nehmen wir das, davon haben wir am meisten. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau war, aber... Ich weiß nicht, ob ich das nicht schlau war, aber... 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 Huhn mit Lauch, Zucchini, Kartoffeln... Und... Und... Ähm... Fisch... Mit grünen Bohnen, Chili und Knoblauch... Meinen, warum nicht? Apfelweinwürze. Okay. Okay. Und dann wieder. Shedder und Dingens Bomens Das kann ich ja noch nicht machen, da muss ich erst mal warten, dass das fertig wird Okay Oh, die Kamera Mein Freund, die Kamera Oh Chili, Bohnen, Kartoffeln Schweinefleisch mit Bohnen, Möhren und Knoblauch Da kann ich jetzt ja richtig variieren, achso, guck mal hier Weil man abfüllen muss Oh, warte Ich glaube, ich brauche mal wieder Kerzen Hm Gut Kerzen haben wir auch bestellt, die Bäume sind noch nicht aberntenbar Ja da Tomaten, als wenn man die gleich komplett abreißen würde Das ist ein bisschen schade, wäre schön wenn die das irgendwie mal in der Zukunft fixen dass das länger stehen bleibt, die Erdbeeren, die Tomaten und so Und dass die Bäume vielleicht mehr als zweimal abzuernten gehen Gut Machen wir mal einen süßen Kuchen und zwar mit Erdbeeren Mit Erdbeeren, mit Himbeeren und mit Banane, richtig schön, richtig schön bunt Eine Quiche, mit Kürbis, Knoblauch und Chili Ah ok, Käse fehlt Ach guck mal, hierfür brauche ich ein leeres Glas Aha Na gut, dann bestellen wir doch mal ein paar Gläser So 2, 3 4, 5, 6, 8, 10, 900 Hach Maggie 54 300 35 45 42 29 39 Pedig